Salve Atuti, es ist Freitagabend, wir haben 17.46 Uhr, der DAX handelt bei 16.538. Bevor ich anfange mit dem DAX, folgendes, schon mal vorab zur Info, gestern war die Jahreseröffnung von der Getex und da habe ich den Martin Lutschneider direkt angehauen, gleich zur Seite geschnappt, habe gesagt, pass auf, ich habe folgendes vor, ich bin mit hier und dann auch noch in einer separaten Sitzung mit dem Jörg Scherer will ich eine Aktienanalyse machen über Wunschaktien, was die Leute sich wollen oder wünschen wollen und das sollen sie uns sagen oder schreiben und dann will ich das machen, aber man hat nur vier Minuten, maximal fünf Minuten Zeit für eine Aktie, sodass wir da vielleicht, ich sage mal, 90 Minuten sitzen und machen halt dementsprechend dann ein paar Aktien. Hat er auch, cool, das hat er noch nicht gemacht, also so praktisch wie eine Stoppuhr beim Schachspielen, da ist er dabei und da habe ich dem Kind auch schon einen Namen gegeben und ich nenne das Speed Dating mit Aktien. Wir haben gestern viel gelacht, das war wirklich so ein spontaner Einfall. Ich weiß noch nicht, ob ich es mit ihm machen werde Ende März oder Ende September, das muss jetzt gucken, was der Jörg, der ist jetzt auch noch auf Tour, was der dazu sagt, wann der mal Zeit hat. Und vor allem Ende März ist, was ist denn da, das Ostern, genau. Und eine Woche später ist Börsentag in Wien, es kann sein, dass es da hingeht, das weiß ich noch nicht. Also das müssen wir gucken, auf jeden Fall, wir freuen uns beide drauf, das wird mit Sicherheit eine Riesengaudi. Das vorab. So, jetzt zum DAX. Ich bin normalerweise sehr gut da drin, Einzelaktien vom DAX zu trennen. Also ich sehe das Chart jeweils separat. Das fällt mir momentan sehr schwer, das gebe ich ganz offen zu. Und zwar sowas wie Infineon, dass die steigen. Das verstehe ich, das wird angefeuert von diesem Supermicro Computers. Die waren ja, oder sind gerade eben hier 30% im Plus. Ja, das ist auch schon heftig. Das ist also auch nicht nur eine Bayer Stampede, sondern das ist eine Paarung mit einem Short Squeeze. Das ist schon viel. Dass eine Vonovia steigt, na gut, die wurden auch irgendwo empfohlen. Ja, ist in Ordnung. Ich denke, die steigen erst dann, wenn wirklich die Zinsen gesenkt werden. Das ist meine Meinung. Die Versorger, dass die steigen, das leuchtet mir völlig ein. Ja, die verdienen sich momentan doch durchaus eine goldene Nase. Verstehe ich auch. Die SAP, ich habe es am Mittwoch schon gesagt, die liefern vorbörstlich am 24. Das ist der Mittwoch ihren Jahresabschluss. Die Zahlen hin und her, es ist der Ausblick, der wichtig ist. Also der zweite Satz in dem Announcement, was die da machen oder Pressekonferenz, ich weiß nicht, wie die das vorhaben. Ich denke, der zweite Satz ist wichtiger. Wir sind gut aufgestellt da und da und da. Da wird es dementsprechend helfen. Haben auch einen 52 Wochen hoch. Die Telekom, aufgepasst, sind auf einem 23-Jahres-Hoch und die Allianz auf einem 22-Jahres-Hoch. So weit, so gut. Dann habe ich aber da im Gegenzug sowas wie Bayer. Die Aktie ist sowas von verstopft. Jeder hat seine 20, 50, 100, 500 Stück. So steigt den Wert nicht. Da kommt nicht mehr rein. Und die fallen ja sogar während der Gesamtmarkt hier ein bisschen gestiegen ist. Das Beste für die Aktie wäre, wenn sie sich nochmal säubert mit Kürsen unter, sagen wir mal, 30, 28, sowas. Aber so steigt eine Aktie nicht. Das funktioniert nicht. Dann Autos. Will keiner mehr haben, egal ob die Dinger Volkswagen heißen oder Daimler oder BMW oder auch BYD momentan. Gut, BYD mit den chinesischen Börsen momentan, die ja alles andere als gut laufen, ist eine eigene Geschichte. Aber deutsche Autos momentan als Aktie braucht man, glaube ich, nicht haben. Und dann wird der Kasper der Woche wieder verliehen und der ist diesmal, geht der an Maphosis. Die waren gestern 42 und gerade eben handeln sie bei 33,46. Also das ist schon heftig. Wenn man denkt, die waren neulich bei, ich glaube 15 oder 16, dann hoch auf 42, dann wieder runter auf 33. Das ist Hardcore Trading. Der Spread, auf den ich immer schaue, Nasdaq gegen DAX. Da war vor zwei Jahren, war die Nasdaq 4.000 oder 3.800 Punkte unter dem DAX. Jetzt auf einmal ist die Nasdaq, wie viele sind es denn jetzt momentan? Das sind 580 Punkte über dem DAX. Das ist natürlich heute sowas wie Supermicro geschuldet. Aber egal wie, das sind jetzt 580 Punkte über dem DAX. Das hatten wir irgendwann mal, als der Nasdaq das letzte All-Time-Mai hatte. Aber der macht gerade eben wieder Neues. Ja, es ist so. Also da gucke ich auch immer drauf. Deutschland ist momentan nicht so sehr gefragt. Jetzt kommen wir mal zu dem DAX selbst. Deswegen, ihr habt jetzt hier genug gehört. Diese beiden Linien hier sind für mich wichtig. Ich mache die mal ein bisschen größer, dass man die besser sieht. Auf schwarz und 3. Da sieht man die besser. Die nächste ist hier unten drunter, wo ich jetzt die Maus hingefahren habe. Und zwar, der DAX hat eins gemacht. Ich hätte es mir eher vorgestellt, dass er nochmal hier runter geht. Aber ich zeige es gleich mal in der Stunde, weil da muss ich heute leider mit euch hin. Da gab es ja dieses Kaufsignal. Dann rettet er sich gestern in das Band rein und heute geht er nur bis zur 20-Tage-Linie. 16.646. Die Zahl mal merken. 16.646. Jetzt gehe ich ganz kurz auf die Stunde, weil ich suche immer Cluster. Haufen, wo mehrere Interessensgruppen sich treffen. 16.646, das ist ziemlich genau da, wo jetzt hier diese schwarze Linie liegt. Wenn ich die Retracements anlege, von hier, jetzt nicht wundern, die kommen jetzt hier bunt rein. Irgendwie haben sie beim Trader Fox schon Karneval gefeiert. Die sind auf einmal bunt. Und auf meinem anderen Computer kann ich das hier abstellen. Wenn ich also hier hingehe, dann steht hier, ich glaube Regenbogen heißt es, kann ich abstellen. Hier kann ich es irgendwie nicht, ich weiß nicht, vielleicht müsste ich es nochmal hochfahren. Wie dem auch sei, egal, von dieser Bewegung hier, von dem 2.1., also der Jahreseröffnung, bis runter zu dem Tief, was wir hatten letzte Woche, sind wir genau auf das 50er gelandet. Und das liegt ziemlich identisch, das ist bei 16.653 mit der 20-Tage-Linie. Also es sind schon zwei Interessensgruppen. Aber wenn ich die Freunde jetzt mal hier runternehme, gehe auf das nächste Level, ist auch bei 16.646 das 61er Retracement von dieser Bewegung. Dritte Interessensgruppe. Und das sind die, weil der eine zieht sie von hier, der andere zieht sie von da. Ich überlasse das auch jedem selbst. Ich will es halt nur wissen, wo könnte da was sein. Und das war heute sehr, sehr auffallend, dass das bei 16.646 lag, zwischen 46 und 55 lag. Ich habe heute Morgen auch was gegeben, habe sie aber viel zu früh irgendwo hier zugemacht, bei, ja, ich glaube, ich habe keine 100 Punkte bekommen. Nee, das waren, glaube ich, irgendwas mit 90 oder sowas Punkte bekommen. Da bin ich aber schon froh. Ich gehe zurück auf den Tag. Also, jetzt machen wir das ganze Zeug hier weg. Nee, das ist jetzt da. Sorry, da muss ich das nochmal anders löschen. Ach hier, Retracements. Löschen. So. Also zurück auf den Tag. Von den Bändern her, im Moment nichts. Wir liegen an der 20-Tage-Linie. Das war, wie gesagt, der Widerstand, die 16.646. Und das hier ist für mich die Unterstützung. Die 16.341. Das sind für die nächsten Tage, mangels anderer Signale, MACD, völlig neutral, Stochastik, völlig neutral, da ist nicht viel mit gleitenden Durchschnitt zu machen, sind das für mich die wichtigen Punkte. Also hier nochmal die 16.341, ja, 3.49 und die 16.652 war, glaube ich, heute ist hoch. Das sind für mich die wichtigen Punkte. Und nochmal, ich habe hier sonst keine Signale. Was ich momentan mache, ist, zum Beispiel, wenn ich um DAX handle, ich reduziere das Volumen und nehme den Stopp höher. Normalerweise habe ich so 30, 40 Punkte. Jetzt halbiere ich die Position und mache 100 raus. Wenn ich dann ein solches Signal habe, wie zum Beispiel, ich dann heute Morgen hatte und das kam rein und ich habe dieses Cluster von den drei verschiedenen Sachen, dann mache ich das. Ich gehe das Short, das war, glaube ich, bei 48 oder sowas. Und dann nehme ich einen 100-Punkte-Stop. Da habe ich keine, da bin ich schmerzfrei. Normalerweise mache ich das doppelte Size und habe dann hier 30, 35 Punkte. Das will ich momentan nicht. Ich finde, das ist nicht opportun. So mache ich das momentan. Und dann ziehe ich halt das Stopp dann dementsprechend irgendwann an. Ja, also näher zum Kurs hin. Irgendwann hätte ich da keine Lust mehr, aber ich musste dann noch weg. Also das ist vielleicht eine Hilfe für den einen oder anderen von euch. Das Volumen erstmal reduzieren und den Stopp weiter. Aber es gibt hier keine Signale, deswegen kann ich nichts sagen. Habe aber trotzdem für den Fall, dass eben diese Punkte über- oder unterboten werden, die eben hier genannten Punkte, habe ich diesen heißeren Schein mit im Moment einem Hebel von 35, die 16.108. Aber ich habe auch dementsprechend auch Putz, wenn wir unten rausgehen. Ich möchte nicht zu nah dran sein. Ja, wobei ich mir sehr gut vorstellen kann, wenn wir hier unten sind, so unter der 16.350, dass ich dann einen nehmen werde, der über 16.700 liegt. Aber das würde ich hier nicht empfehlen, weil da muss man schon davor sitzen, dass es nicht für jemanden, der tagsüber ins Büro muss, nicht reingucken kann. Das sind die Scheine, die ich gewählt habe und damit wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.